Argentinien, das Land mit der aktuell höchsten Inflation, wählt einen Präsidenten, der die Zentralbank abschaffen möchte. Javier Milley, das neue Staatsoberhaupt von Argentinien, hat sich in der Vergangenheit bereits positiv über Bitcoin geäußert und der Preis von Bitcoin hat auf die News über diese Nacht leicht positiv reagiert. Sogar die US-Börse Nasdaq hat diesen Artikel vom Bitcoin Magazine gepostet mit der Headline Argentinas Bitcoin-Friendly Presidential Candidate Javier Milley wins election. Und obwohl sich das alles aktuell sehr gut für Bitcoin anhört, gibt es leider einen Twist. Das und mehr in diesem Video und jetzt würde ich sagen, legen wir gleich los. Ja und mit dem ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem deutschen YouTube-Kanal. Wir haben den argentinischen Peso schon sehr lange verfolgt und wir haben uns sehr oft darüber lustig gemacht, oder den argentinischen Peso für Beispiele hergenommen, wie es halt eben ausgehen kann, wenn man einfach endlos Geld druckt. Inflation ist nicht nur ein Thema in Argentinien, aber wie ich das bereits im Intro erwähnt habe, ist aktuell Argentinien auf Platz Nummer 1, wenn es um die Inflation, wenn es um die Entwertung des Geldes des Landes geht. Den argentinischen Peso. Man muss sich das so vorstellen, man hat heute Einlagen in US-Dollar gemessen von vielleicht 10.000 US-Dollar und morgen sind die nur noch 8.000 US-Dollar wert und in einer Woche vielleicht nur noch 3.000 US-Dollar. Wie soll die Wirtschaft eines Landes so noch funktionieren? Ja richtig, sie funktioniert irgendwann halt einfach nicht mehr. Es gibt das Sprichwort, schwierige Zeiten erfordern drastische Maßnahmen und genau das sehen wir in Argentinien. Und aktuell geht in der freiheitsliebenden Bitcoin-Community bei den Bitcoin-Maxis natürlich der Hype rum, jetzt haben wir einen Libertären, einen Verfechter der österreichischen Schule, des Anarchokapitalismus, der in Argentinien an die Macht gekommen ist, der die Zentralbanken abschaffen möchte. Aber ich muss euch hier an der Stelle leider sagen, so gut sieht es da gar nicht aus. Und ich erkläre euch jetzt ganz kurz warum. Javier Milley ist bekannt dafür, dass er bereits in Fernsehsendungen öffentlich sich sehr stark gegenüber den Zentralbanken geäußert hat. Hier in dieser Fernsehshow können wir ihn sehen, wie er eine Zentralbank-Piñata zerschlägt, um natürlich nochmal zum Ausdruck zu bringen, er möchte die Zentralbanken abschaffen und auch den Regierungsapparat, also mehrere Ministerien auf jeden Fall kürzen oder vielleicht sogar in der Zukunft ganz weglassen. Aber sind solche drastischen Maßnahmen realistisch? Kann ein Land funktionieren ohne Zentralbank? Wird dann Bitcoin eingeführt? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Nein, es wird nicht Bitcoin eingeführt. Wir haben hier eine komplett andere Situation als in El Salvador. Was nämlich hier passieren wird, höchstwahrscheinlich ist, dass der US-Dollar in Argentinien eingeführt wird. Warum wissen wir das? Naja, weil Javier Milley das bereits gesagt hat. Er möchte den argentinischen Peso ablösen mit dem US-Dollar. Aber ist das Ganze nicht sehr kontrovers? Überleg mal ganz kurz. Er meint, er wolle die Zentralbank in Argentinien abschaffen und den US-Dollar einführen. Also wäre Argentinien dann nicht mehr von der nationalen Zentralbank abhängig, sondern von der Federal Reserve, der US-amerikanischen Zentralbank, der Zentralbank der Weltreservewährung. Klar wird das kurzzeitig auf jeden Fall Stabilität bringen. Sind wir mal ehrlich, so wie die Inflation aktuell in Argentinien aussieht und wie sich der argentinische Peso nach unten bewegt, ist wahrscheinlich alles besser. Man könnte wahrscheinlich auch Kronkorken einführen und es wäre besser. Also hier ein Upgrade zu finden, ist nicht wirklich schwer. Und ja, der Umstieg auf die Weltreservewährung, den US-Dollar, ist wahrscheinlich auch die beste Lösung an der Stelle. Aber woher kommt das Ganze wegen Bitcoin? Warum sind das alle Bitcoiner so am Hypen? Noch einmal, es geht darum, dass Javier Milley ein bekannter Verfechter des Anarchokapitalismus ist. Das ist sozusagen die extremste Stufe der österreichischen Schule. Um das ganz grob zusammenzufassen, es geht darum, dass Regierungen eben keinen Einfluss mehr haben. Weniger Sozialismus oder gar keinen Sozialismus. Es wird nicht eingegriffen, keine Planwirtschaft, sondern der Markt soll eben alles selbst regeln. Und dazu gehört auch das Geld. Und das ist etwas ganz Interessantes, denn nämlich in einem Interview wird er zum Thema Bitcoin gefragt. Und dort sagt er sehr interessante Dinge. Er sagt, Bitcoin ist genau die richtige Richtung. Es entzieht nämlich der Zentralbank die Macht, das Geld zentral auszugeben und gibt das Geld dorthin zurück, wo es auch hingehört, nämlich in dem privaten Sektor. Und Bitcoin kommt aus dem privaten Sektor. Bitcoin ist eine organische Bewegung eben gegen diese Steuerung der Zentralbank. Aber das muss auch ganz klar an der Stelle gesagt sein. Es gibt keine Aufnahmen von Javier Mille, zumindest habe ich keine gefunden, wo er proaktiv Werbung macht für Bitcoin. Er wird auf Bitcoin angesprochen. Er wird über Bitcoin gefragt. Und er hat definitiv eine sehr positive Einstellung gegenüber Bitcoin. Aber noch einmal, das muss ganz klar gesagt sein. Er selber sagt, er möchte den argentinischen Peso nicht durch Bitcoin, sondern durch den US-Dollar ablösen. Und wir können in einem Land die Währung auch nicht direkt durch Bitcoin ersetzen. Denn Bitcoin hat die Form von Geld, die Eigenschaften von Geld noch nicht alle angenommen. Ein Geld muss Wertspeicher sein, ein Geld muss Tauschmedium sein und es muss auch als Recheneinheit gelten können. Und solange wir bei Bitcoin noch eine so hohe Volatilität haben, wie wir sie immer noch haben, ist das halt einfach nicht möglich. Denn sonst haben wir genau die gleichen Probleme. Wie soll man ein Haus heute in Bitcoin messen? Soll es heute 10 Bitcoin kosten, morgen dann 20, übermorgen nur noch 5 und in 10 Jahren nur noch 1 Bitcoin? Wie soll das funktionieren? Bitcoin ist noch nicht so weit, um als Recheneinheit zu dienen. Also noch einmal, obwohl wir hier jetzt einen libertären, freiheitsliebenden, anarcho-Kapitalist in Argentinien an der Macht haben, im ersten sein Mal, Bitcoin ist noch nicht so weit, dass Bitcoin wirklich das einzige Zahlungsmittel sein wird. Es kann sein, dass Bitcoin vielleicht neben dem US-Dollar, wie in El Salvador, als Legal Tender deklariert wird, also als legale Währung deklariert wird, neben dem US-Dollar. Aber eine Ummünzung nur in Bitcoin, das ist einfach noch nicht denkbar. Das ist einfach noch zu früh für Bitcoin. Das muss ganz klar gesagt sein. Und zweitens, sowohl in vielen Medien jetzt von einer Kehrtwende für Argentinien berichtet wird, hat er absolut keine Mehrheit im Parlament. Das heißt, ob seine Ansätze dann wirklich durchgesetzt werden, das sei mal noch dahingestellt. Was wir auf jeden Fall beobachten können, ist, dass die Welt aufwacht. In einem Land, wo die Inflation so stark ist wie in Argentinien, in einem Land, wo die Landeswährung so stark zerfällt, wachen die Leute halt auf. Und die fordern dann eben einfach extreme Maßnahmen. Und ob es zu einer Abschaffung der Zentralbank führen wird, das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall skeptisch. Interessant ist auch zu beobachten, wie wir in Europa über das Ganze berichten. Argentinien wählt Demokratie ab, hier von den Salzburger Nachrichten. Also wenn irgendjemandem eine politische Einstellung oder eine, ich sage jetzt mal, nicht alltägliche Weltanschauung nicht gefällt, eben des libertären, extrem libertären oder des Anarchokapitalismus, dann wird einfach mal hier geschrieben, Argentinien wählt die Demokratie ab. Das ist schon ziemlich heftig in meinen Augen. Oder hier wird er auch als Rechtspopulist bezeichnet bei der Tagesschau. Milay gewinnt Präsidentschaftswahl. Es ist schon sehr spannend zu beobachten, wie das er hier beschrieben wird, nur weil das einigen hier vielleicht nicht in den Kram passt. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wie es in Argentinien weitergeht. So, dann habe ich noch kurz zwei Informationen für euch. Und zwar erstens das Giveaway, was wir letzten Freitag gestartet haben mit den 1.000 US-Dollar in Bitcoin. Das wurde eine Stunde und 35 Minuten nach der Veröffentlichung der letzten vier Wörtern gelöst. Es gab sogar einen Blogpost dazu, wie die Leute das gemacht haben. Es gab ja mehr als 479 Millionen Kombinationen mit den zwölf Wörtern. Das Ganze ist sehr gut angekommen. Sehr viele Leute haben sich Gedanken darüber gemacht. Ich glaube auch, dass das Verständnis für die Wichtigkeit der Seed-Wörter nochmal hier an der Stelle ein bisschen geschult wurde. Also auf jeden Fall mega nice. Natürlich wurden dafür Tools verwendet. Und die Person mit dem schnellsten Tool hat das Ganze in einer Stunde und 35 Minuten geknackt. Jemand hat dann später nochmal 240 Dollar auf die Adresse gesendet. Und auch das wurde dann ungefähr 10 Stunden später nochmal abgeräumt. Vielleicht von der gleichen Person, vielleicht von jemand anderem. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Für die Leute, die einfach am Instagram-Gewinnspiel mitgemacht haben, die werden von meinem Moderator g.sp.underline kontaktiert. Zweimal Bitcoin-Standard, einmal Ledger Nano S und einmal der Ledger Pod. Und die Leute, die benachrichtigt werden, auch hier herzlichen Glückwunsch. So und zu guter Letzt noch ein Aufruf an euch. Wir suchen immer noch einen zweiten Ghostwriter für den technischen Bitcoin-Teil. Die Ideen stehen alle, das Buch ist bereits geplant. Aber wir suchen jemanden, der meine Ideen wirklich auf Papier in Buchform bringt. Also wenn ihr da Interesse habt, dann dürft ihr euch gerne in den Twitter oder in den Instagram-DMs melden. Oder natürlich auch auf Discord. Bitte mit Leseprobe. Und ja, ich hoffe, wir finden da jemanden passenden. Vielen Dank fürs Mitmachen. So, das war's an der Stelle, aber auch schon fürs heutige Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir natürlich gerne ein Abo und einen Like da lassen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.